Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein krasses Match Attack Pack Opening. Denn ich werfe mir jetzt die Match Attack zu. Hier, Bro, Tanks. Wow, das erste, wow. Ich habe hier zwei Match Attack Pack. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das sind Fußballkarten, die ich schon ganz lange sammle. Wenn ihr wollt, dass ich über meine ganzen Karten einen Videodreher, gebt ein Like. Und ich packe dann aus. Das erste kommt jetzt. Was ist das für ein Benjamin? Der ist Katerapik. Kaperadik. Kaperadik? Kennst du den? Nein. Ein Zeichen. Habe ich noch nicht. Hast du noch nicht? Nein. Wow, habe ich auch noch nicht. Das ist ein gutes Pack. Wow. Ja. Dass du eine gute Karte nicht bekommst. Ja. Ja. Sind die gut? Ja. Hast du die noch nicht? Nein. Ehrlich? Als ob du noch welche nicht hast. Er hat sowas von so viele Karten, ne? So, den, den habe ich jetzt viermal. Jetzt kommt das zweite Pack. Wow. Das ist so einer. Boah, der Glitzer ist heftig, Alter. Ja. Wow, was für eine Karte. Hast du die schon? Äh, nein. Nichts. Wow. Du sagst zu jeder, er sagt so zu jeder. Boah, still. Alles gut, die Karten. Und, was ist das, meine? Ja. Sieht komisch aus. Komisch aus? Hihi. Diagné. 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 Feier an! Boateng! Boateng? Als ob du Boateng siehst. Oh, Junge. Oh, Kakaawa! Kakaawa! Kakaawa? Ja, ich habe den in den Streifen. Ist der gut? Wie ist das? Ja. Kennst du nicht? Ah, kennt er nicht. Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang? Als ob du den hast. Ja, wie schon. Aubameyang. Miguel, du weißt Bescheid. Aubameyang. Kleiner Insider. Bist du eigentlich jetzt BVB oder Bayern-Fan? Ich mag beide. Ja? Ja. Aber letztes Mal hast du doch gesagt, dass du BVB magst. Und jetzt davor mehr Bayern. Was denn jetzt? Beides. Was sind noch für Karten? Komm. Und? Habe ich schon. Hast du schon? Komm. Ich muss jetzt hier. Ja! Ach, ein FC Köln. Hast du noch nicht? Nein. Boah. Zeig mal die Packs für mich. Wow. Heftig. Das ist ein Stapel. Das ist ein Stapel, ne? So, Leute. Das sind die Karten, die auch noch hast, ne? Wie ihr seht, habe ich hier noch mehr Karten. Also, so ein Stapel. So ein Stapel. Wow. Und die sortier ich jetzt, ne? Die sortierst du jetzt, ne? In deinem Pack rein, ne? Yeah. Yeah. So, Leute. Das war das krasse Pack-Operding. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, bei 50.000 Likes mache ich ein Cover für euch. Wenn ich euch meine ganzen Karten zeigen soll, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich würde dann sagen, das ist das mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.